Markus hat mich gebeten, ihm dabei zu helfen, seine suboptimal strukturierten Daten in monatliche Datensätze zu verwandeln. Und da ich mir ziemlich sicher bin, dass du bei diesem Video einiges lernen kannst, freue ich mich auf dich nach dem Intro. Bis gleich. Moin und schön, dass du da bist. Mein Name ist Lars und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie ich Markus helfen konnte, seine nicht ganz optimal strukturierten Daten so umzubauen, dass er monatliche Datensätze erhalten konnte. Und bevor ich das eine halbe Stunde erkläre, schauen wir uns die Ausgangsbasis einmal an. Markus hat mir Folgendes zukommen lassen, und zwar ohne diese Tooltips am besten. Er hat eine Tabelle gehabt mit Kunden und zu diesen Kunden gab es Preise. Diese Preise konnten sich im Zeitverlauf jedoch ändern. Und deswegen haben wir für einige Kunden mehr als einen Datensatz. Schauen wir uns zunächst mal den Kunden 4 hier unten an, denn das ist der einfachste Fall. Kunde 4 hat ein Vertragsbeginndatum. Jeder Kunde braucht ein Vertragsbeginndatum, sonst ist er kein Kunde. Hat aber auch ein Vertragsendedatum. Wir haben jetzt den November 2024. Wir wissen aber schon, im Februar 2025 möchte dieser Kunde aussteigen. Der Kunde hatte lediglich einen Preis, nämlich 600 Euro. Wir haben dafür folgenden gewünschten Aufbau. Der Kunde soll eben für jeden Monat, den er diesen Preis hatte, bis zu seinem Ausstieg jeweils einen Datensatz bekommen. Und jeweils mit dem Ersten des jeweiligen Monats, das heißt 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., bis wir beim 1.12.24 sind. Und dann 1.1.25, 1.2.25. Dann haben wir den Fall, Kunde 3 hat nur einen Datensatz. Der fängt am 1.1.24 an, hatte in dem Zwischenzeitraum keine Preiswechsel, hat hier kein Endedatum und hat auch keinen nachfolgenden Datensatz, weil, wie gesagt, sich der Preis nicht geändert hat. Wenn es kein Endedatum für einen Kunden gibt, dann soll der 1.12. des nachfolgenden Jahres genommen werden. Und ich bin gerade im Jahr 2024, also soll da der 1.12.2025 drinstehen. Und das soll natürlich dynamisch sein, das soll sich von alleine für jedes Jahr neu rechnen, wenn ein neues Jahr anbricht. Dann haben wir den Fall dieser beiden Freunde hier, Kunde 1 und Kunde 2. Bei denen ist es so, dass es preisliche Wechsel gab. Und hier ist es so, dass wir die natürlich auch beibehalten wollen. Für Kunde 1 hätte ich es gerne, dass ich für den 1.1., 1.2., 1.3. und 1.4.2024 einen Datensatz mit Kosten 100 erzeugen kann. Das heißt, ich brauche hier diesen 1.5. irgendwie als Information, um mir das Enddatum errechnen zu können. Denn das Enddatum wäre für mich der 30.4., also das nachfolgende Startdatum minus 1. Das gleiche gilt für den nächsten Datensatz. Hier 1.5. soll ein Datensatz erzeugt werden mit 150 Euro, aber auch für den 1.6., 1.7., 1.8., 1.12.24. bis dann am 1.1.2025 der neue Preis reinkommt mit 200 Euro. Für den dann auch wieder bis zum 1.12.2025, weil das ist das Datum, das wir nehmen, wenn es kein Enddatum gibt, durchgezogen werden soll. Hier oben habe ich es nochmal dargestellt. So soll es im Endeffekt für diesen Kunden aussehen. Und die Punkte dazwischen sollen natürlich immer die fortlaufenden Monate für den jeweiligen Preis darstellen. So, wie bekomme ich das Ganze hin? Denn ich habe hier ja, mit Ausnahme bei Kunde 4, kein Enddatum in der Enddatumsspalte, um mir dann schlussendlich eine Liste bauen zu können, die mich dann jeweils den monatsersten der relevanten Monate ausspucken lässt. Das ist die erste Hürde, die wir nehmen müssen. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich habe mir diese Tabelle hier natürlich schon reingeholt und mein Ziel ist es als erstes, mir für jeden Kunden, sofern er mehr als einen Datensatz hat, das nachgelagerte Datum, das nachgelagerte Startdatum hier reinzuziehen. Aber natürlich darauf zu achten, dass wenn ein neuer Kunde losgeht, dessen Startdatum hier nicht auch landet. Das soll nicht passieren. So, dafür muss ich als allererstes gewährleisten, dass die Kunden mit ihrem Startdatum in der richtigen Reihenfolge dastehen. Hier in der Tabelle, die wir hier vorliegen haben, ist das bereits der Fall. Aber ich kann mich auf zwei Dinge nicht verlassen. Nummer eins, das ist eine händisch gepflegte Tabelle. Es kann sein, dass das auch einfach mal in einer verkehrten Reihenfolge eingetragen wird. Punkt Nummer zwei, und der ist bei weitem nicht so sichtbar oder offensichtlich, ist, dass Power Query, wenn wir hier intern sortieren, Änderungen an den Sortierungen vornehmen kann. Wenn ich Joints mit einbaue, wenn ich andere Operationen vornehme, kann es sein, dass eine erzeugte Reihenfolge trotzdem kaputt gemacht wird, weil Power Query intern versucht zu optimieren und solche Dinge dann zerschießt. Wir müssen also erst mal sortieren und dann sicherstellen, dass die Sortierung für Power Query auch bestehen bleibt. Fangen wir mit der Sortierung an. Sortierung geht ganz einfach. Ich will erst nach Kunde, dann nach Abdatum sortieren. Das heißt, ich klicke hier auf dieses Filter-Icon, habe ganz oben aufsteigend sortieren. Das ist das, was ich möchte. Hier verändert sich nichts, weil die Reihenfolge schon die richtige war. Ich mache das Gleiche bei der Abdatumsspalte. Die möchte ich auch aufsteigend sortieren. Auch hier verändert sich in der Struktur nichts, weil sie schon richtig sortiert war. Ich kann hier jetzt zwei Dinge sehen. A, dieses Icon sagt mir jetzt nicht mehr nur, dass es ein Filter-Icon ist, sondern auch, dass es hier eine Sortierung gibt, nämlich eine aufsteigende. Und die kleinen Indizes davor sagen, in welcher Reihenfolge die beiden Spalten in die Sortierung mit reinspielen. Denn wir haben ja erst den Kunden genommen und dann das Abdatum. Hätten wir es andersrum gemacht, werden die Daten anders sortiert. Und die Indizes sagen mir, beide Spalten sind in der Sortierung und zwar in folgender Reihenfolge. Jetzt haben wir es sortiert. Aber wie ich schon gesagt habe, wir werden nachher auch noch Joints vornehmen. Wir werden Daten zusammenführen. Und da kann es sein, dass Power Query die Reihenfolge der Daten, obwohl wir sie gerade sortiert haben, trotzdem kaputt macht. Und das ist, wie gesagt, nicht ganz offensichtlich. Dafür, zu diesem Zweck, habe ich auch extra nochmal mit den Entwicklern beim Power Query Team gesprochen. Und die Aussage war, du kannst dich jetzt entscheiden. Du kannst den Table Buffer nehmen, um das Ganze sicherzustellen. Aber der Table Buffer speichert dann die Daten auch im RAM, was für Performance-Optimierung sinnvoll ist, was für unser Beispiel hier aber nicht sinnvoll ist. Wenn du einfach nur dafür Sorge tragen möchtest, dass die Sortierung nicht zerstört wird, nutze folgende Funktion. Ich klicke hier jetzt erstmal auf FX, um einen neuen Schritt hinzuzufügen. Und verweise dann ja automatisch hier auf den vorangegangenen Schritt sortierte Zeilen. Und diesen Schritt baue ich jetzt in eine Funktion ein. Und zwar in die Funktion Table Stop Folding. Table Stop Folding sorgt jetzt für unser Beispiel dafür, dass die Struktur der Daten, wie wir sie zuvor festgelegt haben, nicht verändert wird. Auch über nachgelagerte Operationen nicht. Und das ist an dieser Stelle sinnvoll, denn wir haben die Sortierung der Daten nicht nur hergestellt, um sie irgendwie ins Power BI Datenmodell, in Excel natürlich Power Pivot oder in irgendeinen Tabellenblatt zu kippen, sondern unsere Lösung, die wir gleich aufbauen werden, basiert auf der Sortierung. Wenn die Sortierung falsch ist, funktioniert die Lösung nicht mehr. Deswegen musste ich das hier sicherstellen. Und Table Stop Folding ist der Weg, den man dafür gehen sollte. Jetzt mache ich folgendes. Ich möchte jetzt dafür sorgen, dass, wie gesagt, die nachgelagerten Abdatumswerte hier in der Zeile 1 drüber auftauchen. Dafür lege ich mir zwei PIF-Spalten an. Dafür gehe ich auf Spalte hinzufügen und erzeuge erstmal hier über dieses Dropdown bei Index Spalten erst einmal einen 0-basierten und danach einen 1-basierten Index. Und du wirst gleich sehen, weshalb. Einmal von 0, einmal von 1. Und damit ich hier selber noch durchblicke, nenne ich die Index Spalte, also die erste, die bei 0 beginnt, nenne ich aktuell. Und die Index 1 Spalte nenne ich Nachfolger. Warum ist das sinnvoll? Wir wollen diese beiden Spalten gleich für einen Join nutzen, um die Daten zusammenzuführen, um dafür zu sorgen, dass in jeder Zeile, sofern es ein Kunde mit mehreren Zeilen ist, das nachgelagerte Abdatum in derselben Zeile auftaucht. Also hier oben, da wo ich jetzt gerade den Strich setze, möchte ich gleich den 1.5.24 haben. Hier in Datensatz 2 möchte ich gleich den 1.1.25 haben. Wie kriegen wir das hin? Ich gehe auf Start, ich gehe auf Abfragen zusammenführen, hier oben, und führe einen sogenannten Join aus. Und in dem Fall führe ich keinen Join mit einer anderen Abfrage aus, das ist so der Standard, sondern ich führe einen Self-Join aus. Ich wähle mir hier unten also als rechte Tabelle des Joins, in diesem Dialog untere Tabelle des Joins, die aktuelle Abfragebeispiel aus. Da steht dahinter auch schon aktuell, damit man weiß, das ist die Abfrage, in der ich mich gerade befinde. So, ich klicke darauf und jetzt ist die Frage, auf welcher Basis bringe ich diese beiden Tabellen zusammen? In der oberen möchte ich die Nachfolgerspalte wählen, weil die Nachfolgerspalte schon sagt, welchen Index in der Spalte aktuell der nachfolgende Datensatz hat. Ja, hier, die 1 sagt, das ist der nachfolgende Datensatz. Die 2 sagt, das ist der nachfolgende Datensatz. Worauf ich mich fokussieren muss, ist, dass wir hier ja aber auch einen Übergang haben zwischen zwei Kunden, zwischen Kunde 1 und Kunde 2. Das heißt, die beiden Index-Spalten können nicht die einzigen Kriterien für den Joint sein, sondern der Kunde selbst muss es auch sein, damit ich nicht auf einmal das Anfangsdatum von Kunde 2 als Enddatum beim Kunden 1 mit drin habe. So, das bedeutet, ich klicke erst einmal hier auf Nachfolger und hier auf Aktuell. Das ist das erste Spaltenpaar, das ich zusammenführen möchte. Dann drücke ich auf die Steuerungstaste, weil das kann nicht das einzige Spaltenpaar bleiben. Wir müssen auch den Kunden mit reinnehmen. Und wenn ich Joins basierend auf mehr als einem Spaltenpaar aufbauen möchte, muss ich die Steuerungstaste drücken, damit mir die Selektion der ersten beiden Spalten nicht rausfliegt. Und auch hier siehst du, wie sie zusammengehören an dem Index. Index 1 sagt, die beiden gehören zusammen und Index 2 sagt, die beiden gehören zusammen. Hier kann man das wieder sehen. Den Join-Typ, die Join-Art, lasse ich so, wie sie bereits ist, nehme ich auf linker äußerer Join. Ich möchte die erste Tabelle nicht verändern. Ich möchte nur passende Datensätze aus der zweiten dazu bekommen. Bestätige das Ganze mit OK. Bekomme hier meine Ergebnistabelle. Und möchte aus dieser Ergebnistabelle lediglich das Up-Datum haben. Die anderen Spalten sind mir egal. Und hier dieser widerliche Präfix, der mir da immer wieder angeboten wird, den will ich auch nicht haben. Den schmeiße ich auch raus. Das heißt, unten Haken raus, oben bei alle Spalten Haken raus, Haken setzen bei Up-Datum, Feuer bei OK. Und ich bekomme hier jetzt beim ersten Kunden, hier den ersten fünften, der ja das zweite Startdatum ist, hier oben an erster Stelle, hier den ersten, ersten 25. an zweiter Stelle. Beim dritten Datensatz erhalte ich folgerichtig nichts. Da muss nachher irgendwie der erste, zwölfte 25 rein. Und beim Kunden 2 haben wir es, dass der erste, erste 25 hier landet. Beim zweiten Datensatz des Kunden 2 taucht da wieder nichts auf. Da muss wieder der erste, zwölfte 25 rein. Für den Kunden 3 haben wir keinen zweiten Datensatz. Da muss sowieso der erste, zwölfte 25 rein. Und für den vierten Kunden haben wir ein Enddatum. Ich muss jetzt als nächstes dafür sorgen, dass jeder Datensatz definitiv ein Enddatum hat. Und damit ich danach mir eine Liste bauen kann, die mir vom Up-Datum bis zum definitiv gefüllten Enddatum dann alle Tage anbietet, ich dann filter auf jeweils die ersten Tage des jeweiligen Monats, also den ersten Tag des jeweiligen Monats, den ersten, und mir dann die Liste entpacke, um einen Datensatz pro Monat und Kunde zu haben. Dafür kann ich jetzt wie folgt vorgehen. Im Endeffekt ist es so, dass wenn hier ein Enddatum drinsteht, dann gilt das. Wenn das nicht der Fall ist, dann gilt das Enddatum, das ich mir hier gerade gezogen habe, weil es das Enddatum ist, das den jeweiligen Preis beendet. Und wenn es dann keins gibt, dann muss es der erste, zwölfte des Folgejahres sein, also 2025. Wie mache ich das? Ich baue mir eine neue Spalte. und sage Enddatum gefüllt und sage If Enddatum, also das, was jetzt hier in der Spalte steht, nur Kunde 4 hat ein Enddatum, If Enddatum ungleich Null, denn Enddatum. So, und das breche ich jetzt mal um, damit man das auch vernünftig lesen kann. Else. Also, wenn es ein Enddatum gibt, soll das Enddatum genommen werden. Wenn dem nicht so ist, dann frage ich als nächstes, If Abdatum 1 ungleich Null, then Abdatum else. Und dann gibt es jetzt nur noch den dritten Fall, wenn es in der Enddatumsspalte kein Datum gibt und in der Abdatumsspalte, dann soll der 31. Entschuldigung, der erste, zwölfte des Folgejahres greifen. Und dafür holen wir uns erst mal das aktuelle Datum. Mit Date, Time, Local, Now kriege ich den, wenn ich da hinten noch ein W anbaue, ist es auch Local Now, kriege ich den aktuellen Zeitpunkt als Datum und Uhrzeitwert. Das möchte ich in ein Datum umbauen. Date, from, damit habe ich dann ein Datum. Aus diesem Datum möchte ich ein Jahr in die Zukunft springen. Selbst wenn heute der 31. 12. 2024 wäre, was er nicht ist, würde ich an den 31. 12. 2025 springen. Das wäre in Ordnung. Das heißt, ich sage hier Date at Year und da sage ich 1, gehe ein Jahr in die Zukunft und bin dann ja, können wir uns anschauen, Date at Year heißt das Ganze. So, bin dann hier ja beim 19. 11. 2025 und hier sage ich dann Date End of Year. Bin dann beim 31. 12. So, und das ist das, was ich auch erstmal möchte, denn das ist der Endwert des Folgejahres, dass ich mir daraus den ersten ziehe, den ersten des jeweiligen Monats, kommt nachher in der entsprechenden Liste. Das heißt, ich habe jetzt für jeden Datensatz ein Startdatum und ein Enddatum. So, mit den beiden Werten kann ich arbeiten. Ich mache hier aus jetzt erstmal noch ein Datum und schmeiße jetzt alles raus, was ich nicht brauche. Ich habe einen Startwert, ich habe die Kosten, ich habe Enddatum gefüllt, andere Spalten fliegen raus. So, jetzt möchte ich mir eine Liste bauen, die für jeden Tag zwischen Abdatum und Enddatum einen entsprechenden Wert hat und dann auf die ersten des Monats filtere. Das mache ich auch wieder über eine neue Spalte. Hier sage ich Datum und hier nehmen wir uns erstmal eine Liste vor. Ich öffne eine geschweifte Klammer, ich hole mir das Startdatum rein, ich setze zwei Punkte, ich hole mir das Enddatum rein, ich schließe diese Liste. Diese geschweiften Klammern erzeugen eine Liste, manuell. Die Punkte dazwischen machen eine geschlossene Liste draus, vom Startwert bis zum Endwert. Das Problem ist, für Datumswerte kann ich das nicht tun, sondern nur für Zahlen, auch für Buchstaben im Übrigen, aber in dem Fall hier sind die Zahlen das Thema und dafür muss ich diese Werte vorhin noch in Zahlen konvertieren. Das heißt, Number from sowohl für die Abdatumsspalte und Number from auch für die Enddatumsspalte. Es gibt eine Funktion ListDates, die das Ganze auch ohne Konvertierung in Zahlen machen würde, aber die finde ich an sich schon kompliziert genug, da konvertiere ich mir das hier lieber. So, hier haben wir jetzt eine Liste von Zahlen, die repräsentativ sind für die Datumswerte, hinter denen sie stehen und damit das Datumswerte wieder werden, konvertiere ich diese Liste über eine List Transform-Funktion in ein Datum. Das heißt, ich sage hier, die Liste, die ich eben erzeugt habe, möchte ich über ListTransform diese Funktion hier in ein Datum konvertieren. Dafür muss ich hier wieder das Each-Keyword benutzen, um jedes Element der Liste eben auch anzusprechen und hier sagen DateFrom und damit ich das jeweilige Element der Liste auch umwandele in ein Datum, muss ich den Unterstrich benutzen, um der Funktion DateFrom überhaupt irgendwas zu übergeben. So, das heißt, ich bestätige hier, ich gehe hier wieder rein, du siehst hier, hier sind alle Tage drin, erster, erster, zweiter, erster, dritter, erster, vierter, erster. Ich will nicht alle Tage des Monats haben, sondern immer nur den ersten. Das heißt, ich kann diese Liste auch nochmal filtern. Ich gehe also wieder in den Dialog für die berechnete Spalte und rücke oben noch einmal ein und ich sage hier List.select spring ans Ende und jetzt möchte ich diese einzelnen Listen Elemente filtern und sage Each Unterstrich, das Element der Liste selbst soll gleich sein Date Start of Month Start of Month gibt mir zu jedem Wert immer den ersten des Monats Unterstrich und sage hierüber eben, dass das jeweilige Element der Liste nur dann bestehen bleiben soll, wenn es gleich dem ersten des Monatswerts dieses Elements entspricht. Also wenn ich den 15. des Monats habe, 15. März, ich übergebe den Date Start of Month, mache den ersten März draus und das Listen Element bleibt nur übrig, wenn es der erste März ist, alle anderen Märze, Märztage fliegen raus. So, ich bestätige. Habe hier jetzt Erster, 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 Zweiter, Erster, Dritter, Vierter, Fünfter. Kannst du sehen. Und jetzt sehe ich, dass ich hier noch einen Fehler gemacht habe. Der erste, Fünfte ist einer zu viel. Ich habe vergessen, bei der Enddatum gefüllt, vorher einen abzuziehen. Es geht ja immer nur bis einen Tag davor. Das bedeutet, ich muss vorher noch mal hingehen und mir hier den Punkt suchen, wo hier diese Datumswerte reingekommen sind. Ab Datum 1 muss ich mir quasi noch mal neu kalkulieren. Und ich sage hier, ich füge einen Schritt ein. Ich nenne das Ganze jetzt hier ab Datum Punkt 1 Unterstrich, damit ich danach, wenn ich das wieder umbenannt habe und ab Datum 1 das ganze Skript vernünftig weiterläuft. Du wirst es gleich sehen. Und hierher sage ich Date at Days. Date at Days klingt immer so, als wenn man Tage draufpacken würde. Ich kann damit aber auch Tage abziehen, wenn ich einen negativen Parameter für die Tage übergebe. Ich sage jetzt hier zu dem Datum ab Datum 1 sollen minus 1 Tage addiert werden, also abgezogen werden. Das heißt, hier habe ich jetzt zum 1.5., den 30.4., den 31.12. und so weiter. Das ist alles fein. Ich lösche diese Spalte. Sage ja, einfügen. Ich benenne diese hier um in Ab Datum 1 und jetzt sollte das vernünftig weiterlaufen. So. Und wenn ich jetzt hier reingehe, haben wir hier 1.1. bis 1.4. Das passt. Ab dem 1.5. Hier oben 1.5. bis 1.12. 1.5. bis 1.12. Jawohl. Und hier, wo der 1.1. steht und wir kein Enddatum haben, soll das Ganze bis zum 1.12. des Jahres gehen. 1.1. bis 1.12. Saubere Geschichte. Gucken wir uns nochmal den letzten an. Kunde 4. der hatte ja seinen Vertrag nur bis zum 28.2. 2025. Dementsprechend ist der 1.2.25 der letzte Datensatz, den ich hier haben möchte. Das bedeutet, ich kann jetzt die beiden Spalten ab und Ende Datum hier rausschmeißen und ich kann hier diese Liste expandieren und daraus auch nochmal ein Datum machen und habe dadurch für jeden Kunden für jeden Monat einen Datensatz, hier 1.1. bis 1.4. damit auch 100, dann 150 bis zum 1.12. Und wenn ich noch ein bisschen rauszoome, hier runter bis zum 1.12. 25 die 200 und für die anderen Kunden sieht das Ganze eben genauso aus. Hier waren so ein paar Dinge zu beachten. Wir brauchten eben für die Lösung eine gesicherte Sortierreihenfolge beider Spalten. Die haben wir über Table Stop Folding auch für die Engine gesichert. Wir haben dann Self-Join ausgeführt, in dem wir zwei Spalten hinzugefügt haben, die nur technischer Natur sind, also zwei Index-Spalten, einmal 0, einmal 1 basiert und wir haben uns dann sukzessive an das korrekte Enddatum herangearbeitet, um dann schlussendlich diese Liste zu kalkulieren, die wir dann noch ein bisschen eingefiltert haben, um einen Datensatz pro Monat für Kunde und dessen Preis eben zu generieren. Den letzten Teil mit dieser berechneten Spalte und dieser Erzeugung der Liste, den hast du bei mir vermutlich auch schon in einigen anderen Videos gesehen, falls nicht, ich habe es auf jeden Fall schon etliche Male gemacht, aber diese Kombination mit dem Self-Join, mit dem Liste erzeugen, mit dem Festlegen der Sortierreihenfolge ist etwas, das in der Praxis sehr, sehr relevant ist und deswegen glaube ich, ist dieses Video sehr sinnvoll für dich zu schauen. Danke wie immer für deine Zeit, ich sage Tschüss und bis bald.